Guten Morgen aus Soest. Wir haben den 14. Januar 2018. Ich bin heute mal wieder mit Rucksack alleine unterwegs. Ich will die Herzroute laufen. Das ist ein Radwanderweg hier im Kreis Soest. Wir haben 8 Uhr morgens. Es wird gerade eher so irgendwie hell. Das Wetter soll ganz gut werden. Ich freue mich auf einen schönen Lauf heute durch die Umgebung von Soest, durch den Kreis Soest. Durch viel Natur. So früh am Morgen ist hier irgendwie noch nichts los. Ja gut, dann starten wir mal. Wir vor allen Dingen. Ich. Das sind meine Wegweiser. Und das ist mein erstes Ziel. Und das ist mein erstes Ziel. Und das ist mein erstes Ziel. Vielleicht hole ich mir mal ein, zwei Kartoffeln. Wir haben ja erst Viertel von neun. Es ist ja noch relativ früh. In Bad Sassendorf wurde die Vögel von Alfred Hitchcock gedreht, glaube ich. Und nach rechts geht's weiter. Und nach rechts geht's weiter. Ja, kann ich mir jetzt aussuchen, welches von den beiden Schildern ich nehme. Aber ich glaube, das obere ist einfach verdreht. Ich nehme mal das untere. Das passt schon. So, das Stück habe ich jetzt hier von Soest, Bad Sassendorf. Da müsste ich jetzt sein. Und hier geht's jetzt weiter runter in Richtung Möhnesee. Ich laufe jetzt Richtung Möhnesee. Und muss dazu aber über den Haarstrang rüber. Das heißt, das geht jetzt die nächsten Kilometer erstmal nur immer leicht bergauf. Es kostet durchaus etwas Kraft. Und hier geht's. Und hier geht's. Und hier geht's. Ich nähere mich dem Möhnesee. Ja, ich bin in Echtrop. Ich bin endlich oben. Jetzt geht's wieder runter bis zum Möhnesee. Und hier geht's. Und hier geht's. Und hier geht's. Die erste schöne Aussicht auf dem Möhnesee. Und hier geht's. Ich habe letztes Jahr schon mal Rast gemacht, als ich an der Möhne entlang gelaufen bin. Aber über den Winter ist der Imbiss geschlossen. Also weiter. Ja, auch im Januar. Oder gerade auch im Januar hat das hier richtig was von Urlaub. Richtig schön hier. Und hier geht's. Und hier geht's. Zwei Minuten Pause. Und hier geht's. Und schon geht es wieder weiter. Und hier geht's. Und hier geht's. Ich bin jetzt über den Haarstrang wieder rüber. Und eigentlich müsste es jetzt besoßt nur noch welche abgehen. Und hier geht's. Sieben Kilometer noch. Das Ziel ist in Sicht, aber so ein bisschen muss ich noch. Und hier geht's. Ja, ich bin wieder in Soost. Jetzt muss ich nur noch zum Marktplatz. Und hier geht's. Das Empfangskomitee. Ich bin wieder auf dem Marktplatz in Soost. Krass. Krass. Geschafft. Die Herzrute ist abgelaufen. Boah. Ja, das war die Herzrute. Bei dem schönen Wetter hat's auch im Januar richtig Spaß gemacht, so einen langen Laufmann zu machen. Aber jetzt bin ich K.O. Prost. Selber laufen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.